Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. In einem berücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltklapptor Rettwäck. Die solche Armee kehrt wach! Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Das war ein Befehl! Der Angriff steigert war ein Befehl! Sie ist ruhig, Ehre! Oh, Bonk. Was ist denn da? Dann seid ihr Armee kehrt wach! Man müsste die ganze Luftwaffe von Führung sofort aufrengen! Ich hab das noch daran gestohlen! A few moments later... Sacken Sie, Bosse, es soll kämpfen, hoher Steep! Aber wir müssen noch da reisen kaltzen! Ich hab aber nicht klar genug ausgedrückt! Ich habe das noch nicht klar genug ausgedrückt! Ich bin Fägerlite! Ich bin Fägerlite! So, Fägerlite! Das war ein Befehl! Der Angriff steigert war ein Befehl! Sie werden saufen in ihrem eigenen Blut! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist doch geschmeißen des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre!